Wir dürfen dort arbeiten, wo einer nicht Urlaub machen will. Ja, Landwirtschaft ist schon ein bisschen Berufung auch und das ist, wie soll ich sagen, man wächst nachher hinein und man hat nachher schon eine extreme Verbundenheit zu Grund, am Boden, zu der Natur, zu der Tiere und ich könnte mir heute nichts anderes vorstellen. Wir haben natürlich im Sommer bei den Arbeiten mithelfen müssen und haben dann aber schon immer einen Freiraum gehabt, wo wir mit den Gästekindern was unternehmen haben können. Und ja, das war auch, wo wir im Wald rausgegangen sind und mit ihm was gespielt haben dort. Und da sind schon sehr schöne Freundschaften entstanden und da sind auch Familien dabei, die jetzt wieder kommen. Also die damaligen Kinder kommen jetzt mit einer Familie und wollen den Kindern das sagen, was sie damals am Hof erlebt haben. Wochen braucht man sowieso einmal, sagen die meisten, bis das runterkommen vom ganzen Trubel der Großstadt und dass sie sich einmal entspannen können und nachher fängt auch die richtige Erholung an. Und es sind schon einige dabei gewesen, die uns nachher gesagt haben, wenn ich das nächste Mal einkaufen gehe, dann schaue ich bewusster im Supermarkt. Man muss immer verstehen, mit dem umzugehen, dass man das auch schätzt, dass man in der Natur arbeiten darf und nicht irgendwo am Fließbandl. Gericht Spankl. Bis zum nächsten Mal.